Was? Er hat den Kanal vorne. Aha. Oha, Fahrrad. Das wär cool. Ist das hier ein Radweg? Ja, ich auch nicht. Aber anscheinend ja. Muss ja drunter, sonst würde er ja nicht fahren. Zack. Sowas ist auch cool. Aber da fällt jetzt eine Person. Oha. Oha. Oha, guck mal. Das bist du. Hast du nicht jetzt 5 mal 4? So, weiter. Ich weiß nicht, ob du da schon mal wachst auf diesem Hinterhof? Nee. Da gibt's nochmal wo? Ja, kann man machen. Was machst du denn hier? So, jetzt ISO 100. Da? Da? Hm. Okay. Ja. Ja. Ich weiß nicht mehr wo es war. Es war auf der anderen Seite. Ja. Das hier ist das Motiv. Warte, ich versuch das aufzuh- Ich hab glaube ich auch mit dem Fischei aufgenommen. Ja. Das bietet sich auch an, weil das ja doch ziemlich hoch geht. Ja. Wie schlecht von unten liegen wir irgendwie? Ich hab vergessen was anzumachen. Das war. Den Klick. Den Klick. Ja. So, wo gehen wir jetzt hin? Wieder zurück. Polizei. Ok. Das ist ganz schön. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt sind die Leise. Da sind die Leise. Und die Leise. Die Leise. Das ist nicht immer so. Das könnte mir auch passieren, dass ich aus Versehen die Zaschen einfach anlasse. Wir können den einfach auf den Fersen bleiben und dann die Einsätze filmen. Ja, wohin sollen wir, sollen wir jetzt Königsallee? Ja, würde ich sagen. Aber dann müssen wir einfach nur mit der U-Bahn fahren. Ja, dann lass mal mit der U-Bahn fahren. U-Bahn ist immer geil. U-Bahn ist geil, ja. U-Bahn ist so zu hoch. Ich hab Päuschen gemacht, wo du fotografiert hast. Jetzt kann ich alles wieder nachholen. Ab dem 19.10. werden wir ganz täglich durch die Gewerkschaften bestreikt. Es fahren keine U-Bahnen, Straßenbahnen und auch keine Busse der Rheinbahn. Die Regionale und Westbahnen sind nicht vom Streik betroffen. Wir verdauern die Ausfälle, ihre Rheinbahn. Sollen wir mal in der Runde drehen? Ja, können wir auch. Warte, ich versuche mit ein bisschen längere... Ich dachte, hier steigen jetzt Tausende aus. Egal. Es ist aber wirklich, also wenig los. Ja. Jetzt ist hier sonst viel voll. Ach du Scheiße. Ich hab vergessen umzustellen. Egal. Passiert. Oja, warte. Warte. Das ist eine super Idee. Das sieht aus... Das sieht fast aus wie so ein Fenster oder Schaufenster. Genau. Das will ich haben. Dass man Noah wirklich das hier sieht. Du hast echt gute Ideen. Ja, ne? Respekt. Jetzt bin ich... Leise. Nichts beeindruckend. Ja, ja. 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 So, wir sind ausgestiegen. Jetzt gehen wir zur Königsalé, ne? Ja, genau. So. Hey, ich hab... Glaub ich hier... Ah, nein. Das war nicht hier. Warte. Warte. Ich mag auch solche Bilder, wo man den Person... Also null erkennen kann. Ja. Das ist ein bisschen zu hell. Aber eigentlich... Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das macht gerade den Effekt aus. Ja. Ja. So, jetzt endlich mal ISO 100. Weil man draußen ist. Was ist hier los? Ja, Königsalé, ne? Es ist noch mehr los als in der U-Bahnstation. Das ist schon mal gut. Wir sind jetzt am Königsalé. Ich komm gleich. Ja, genau. und das war einfach raus. Hallo! einfach durch. Untertitelung des ZDF, 2020 Komm! Hallo? Ja, hab ich! Ja, hab ich! Was cool ist? Oha! Und du? Ach, Pa! Hier bist du doch irgendwo in der Nähe dieses, wie heißt das nochmal, was du fotografiert hast, wo ich vorhin sagte, wir könnten da vielleicht mal hingehen. Ach so, Stilberg? Ja! Ja, können wir mal gerne machen. Das ist doch hier in der Nähe, oder? Ja, ja. So, wir gehen jetzt zu Stilberg. Oh, warte mal, das sieht cool aus. Kann man das irgendwie, jetzt brauche ich M-Modus. Sack! Sind alle kamerascheu hier. Ja, alle haben Angst. Ja. Ich will nur, dass die Gebäude hier aufnehmen. Ja? Ja. 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 Wie geht hier? das sieht aber auch cool aus, aber was willst du damit machen? ich liebe dieses panning, das klappt aber nicht immer, das ist schwierig, aber ich mache das auch gerne mal das ist eigentlich, das ist schon eigentlich hier ja ja hier rein bin ich gekommen, guck jetzt, guck jetzt, jetzt macht boom, guck mal, guck jetzt da war ich, guck mal, das sieht echt, das ist interessant, das schreit nach dem Fischei das stimmt wie wäre es hier so, sieht man kaum jemand, wenn der läuft aber vorher, ja mach mal jetzt bitte läuft da einer durch wo ist der beste fotograf aus deutschland? mach mal ein foto von ihm na, und? guck mal, ich zeig dir was, ich zeig dir was, bist du bereit? ja, sicher? warte, was sagst du dazu? was sind die Füße? cool, ne? wow, wo ist das denn? ach das hier? da, ich habe ihn, ja siehst du? boah und weg und weg sehr cool boah, guck jetzt guck boah das gefällt mir oha jetzt tauscht er dein Objektiv, soll ich dir irgendwie helfen? weiß ich nicht wie viel Millimeter ist das? 8, ne? 8 boah das ist schon ziemlich fischig, ne? ja, ziemlich fischig, ja also fischiger geht es nicht, ohne dass das Bild rund wird ja ja lass sie aufnehmen wir können auch eigentlich wenn ich das so halte zum Beispiel, dann habe ich meine Zuge im Bild fine Alter, bist du schon irgendwie auf Chip? Jaja ich bin ja auch schon 40 baaam exactamente es war das, sag die Kamera schon wieder an? ja zack, zack dann sah ich die Kamera ein vielleicht denn die GoPro ja g mute war das jetzt peinlich? nö, nö Ich bin der Karol und das ist der Michael, der beste Fotograf. Das kann aber meine Kamera und deine nicht. Oh, jetzt, oh. Das ist, da kann ich... Was willst du jetzt sagen? Ja, du mit deinem Fuji-Film. Ja, aber ich könnte mich ja wirklich stundenlang aufhalten. Das ist auf jeden Fall schön hier. Ja. Gibt es da was? Ja. Oha. Ja, aber ich glaube. Warte, bleib so stehen. Zur Fenster. Kannst du die zwei Hände auf dem Glas tun, obendrauf? Die zwei Hände? Zwei Hände auf dem Glas? Die zwei. Genau, auf dem Glas. Aufs Glas? Ja. So? Ja, genau. So? Ja. Genau. Und guck nach unten. Gut. Guck mal, du siehst so depressiv aus. Guck mal. Und nicht denn hier. So als würde ich gleich runterspringen wollen. Ja. Interessante Idee, ja? Cool, oder? Hat was. Ja, hat auf jeden Fall was. Juhle Junge. Okay, du hast echt Ideen? Aber gleich werden wir gegackt. Oha, jetzt, ey, jetzt sagt die ich, wir sind angekommen. Ja, stimmt. Hat's recht. Ja, wir gehen jetzt zur Altstadt, oder? Also Mainz. Du hast natürlich tausend Bässe, oder? Ich bin hier hauptsächlich, um von dir was zu lernen. Also, das lohnt sich nicht, aber umgekehrt wird ein Schuh. Altstadt. Schon cool eigentlich, ne? Ja. Oha, komm. Kommt jetzt keiner. Komm mal kurz. Machst du aber trotzdem ein Foto, ne? Auch wenn es dir ein bisschen widerstrebt. Da ist er auch scheinbar... Sind da jetzt Leute drin, ne? Da ist einer. Wir machen... Da ist mein Kollege. Da. Oh, scheiße. Komm, Junge. Die möchte ich drauf haben, die Leute da. Sieht schon cool aus, ne? Vielleicht Querformat. Jetzt musste einer laufen. So, ich mach erstmal so. Zack, Querformat. Und? Und hört deinen Auslöser bis dahinten? Ne. Ja. Ja. Warte, Fahrräder. Kannst du mir gleich zeigen, ne? Aber dann musst du nach hinten gehen und du musst mir deine Kamera machen. Ja. Oha, das ist ein Bild. Hast du das Bild des Jahres gemacht? Ich glaub ja. Ja. Was ist das denn? Das ist noch nicht so schnell. Ihr könnt noch schneller. Ja. Soll ich dir zeigen? Kannst du dir nur zeigen, ja. Ja. Ein, zwei. Boah. Oh. Noch einer. Moment. Oh. So. Aber das ist auch interessant, was hier abgeht. Ja. Boah. Wenn wir dann hier vom Pizza irgendwo besuchen. Wo? Auf Video drehen. Da wo? Moment. Okay, kann man eigentlich. Ja. Ist das nicht geil hier? Ja. Ja. Was denn? Ja. Sieht so ein bisschen komisch aus, ne? Also mir gefällt auf jeden Fall die Seite mehr als die Seite. Ja. Das ist ein... Ich weiß nicht was das sein sollte. Oh. Warte. Wir können ja hier diese Dinger abschrauben und uns da unten rein stellen und dann warten, dass da Leute drüber laufen. Ja. Das wäre auch gute Idee, ne? Ja. Wäre ja schon, aber mir... Aber du findest ja diese Häuser hässlich. Die sind hässlich, ja. Oh. Das ist schön. Das gefällt mir wirklich. Also die Seite ist wunderbar. Die sieht bestimmt auch nachts super aus. Boah. Geil. Ja. Also wir sehen uns gleich irgendwo da. Wir waren vorher irgendwo da. Jetzt sind wir hier. Moment doch. Bleib doch da. Geil. 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 Kannst du für mich was machen? Ja. Wenn du nicht erwartest, dass ich da rein springen werde. Kleiner Verarscher. Aber kannst du von da nach da einfach einmal durchspazieren. Und das wirst du dann nachher an Streetfotografie verkaufen, ne? Ja komm. Einmal. Geil. Geil. Ja. 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 Wie ist es? Ich glaube ich habe jetzt. Ja. das wollte ich haben ja verstehe ich boah bombe einfach klasse jetzt wird es draußen ein bisschen dunkler deswegen will ich den objektiv tauschen 50er 1 8er blende feste brennweite mit einer geile blende die sieht man vielleicht jetzt sogar so jetzt entspott da mache ich noch vielleicht leisere fotos jetzt schalte ich den shooter aus ich fotografiere jetzt für dich so so Das war's für heute.